Der Bitcoin-Spot-ETF, auf den alle warten, ist angeblich durch. Cointelegraph schickt eine News raus über Twitter und löscht diese dann auch kurze Zeit später. Wild, denn aktuell ist es so, die Schlagzeile kommt von Cointelegraph und es geht um den Bitcoin-Spot-ETF. Dieser soll angeblich genehmigt worden sein und akzeptiert worden sein von 21 Shares. Jetzt stellt sich einfach raus, dass es ganz wohl eine Fake News war, aber was viel krasser ist, sind die Learnings aus diesem so kurzfristigen Ereignis und da werden wir uns heute damit beschäftigen. Das heißt, ich gehe heute mit euch die Learnings durch. Was ist da in so kurzer Zeit eigentlich passiert? Ich selbst habe nur gesehen, dass der ein oder andere Trade bei mir komplett durchgedreht ist und dementsprechend gehen wir das Ganze Schritt für Schritt langsam, aber ruhig, gezielt und systematisch durch. Um 16.10. und 15.21 Uhr unserer Zeit schreibt nämlich Cointelegraph Breaking SEC approves iShares Bitcoin-Spot-ETF. Und meine erste Reaktion war, wieso eigentlich der iShares-Spot-ETF? Und das hat mich erstmal verwundert. Das ganze Ding ist natürlich komplett in der Bubble, in der Krypto-Bubble viral gegangen und in kürzester Zeit extrem häufig zitiert worden, nur um kurze Zeit später eben entsprechend ein Dementi zu erhalten, weil es eine Fake News war. Angeblich war das Ganze nur ein Gerücht und wurde relativ schnell dementsprechend auch dementiert und der Post, der Original-Post, den ich euch jetzt hier einfach mal so anhänge als Screenshot, ist mittlerweile auch wieder gelöscht worden. Die Kommentare darunter waren einfach wirklich auch krass. Aber was ist eigentlich auf den Märkten passiert? Dazu will ich mal ein paar Charts durchgehen mit euch und wir fangen natürlich mit Bitcoin an. Da muss man natürlich auch ganz klar sagen, diese Situation hat alle krass überrascht und das zeigt uns eigentlich, was für eine Explosion dahinter sein kann, wenn das Ganze wirklich stattfindet. Denn wir haben hier in kürzester Zeit bei Bitcoin alleine eine 10-prozentige Wertsteigerung erhalten. Es wurden Shorts im Millionenbereich liquidiert. Also all die Leute, die auf fallende Kurse gesetzt haben, wurden innerhalb von kürzester Zeit rausgezogen aus den Märkten. Und die wichtigsten Learnings an dieser Stelle sind folgende Punkte. Selbst bei einer Fake News gab es direkt einen Pump von knapp 3000 US-Dollar. Was passiert da erst, wenn der ETF wirklich genehmigt wird? Dann ist das nur die erste Stufe, kann man sich so vorstellen. Und diese FOMO, also diese Angst, etwas zu verpassen, zeigt einfach, dass die meisten Anleger die aktuelle Marktphase viel zu wenig nutzen und dann eben entsprechend auch relativ schnell auf News reagieren müssen. Und das ist halt aber auch ein Fehler in der Portfolioplanung. Wer also an dieser Stelle noch immer sein Portfolio nicht stehen hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in einigen Monaten, mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit sogar im Januar nächstes Jahr extrem frustriert auf diese Phase der Chancen zurückblicken. Was bedeutet das Ganze nun für den Kryptowährungsmarkt und im Speziellen natürlich auch für Bitcoin? Also ein physisch gedeckter Bitcoin-Spot-ETF könnte langfristig bislang ungeahntes Kapital in den Kryptomarkt einspeisen. Aber auch kurzfristig wird die Euphorie groß sein, sodass wir jetzt vermutlich stark steigende Kurse sehen werden, wenn wir wirklich mal die Genehmigung bekommen. Denn mit einem Bitcoin-Spot-ETF können institutionelle Anleger einfach und unter einem rechtlich geregelten Rahmen echte Bitcoin einkaufen und da steckt natürlich massives Kapital dahinter. Denn diese Institutionellen haben bisher nicht die Möglichkeit, in Bitcoin als Asset-Klasse zu investieren. Das bedeutet, wenn die großen Geldgeber auch nur ein Prozent ihres Portfolios in solch ein ETF parken, dann hat das natürlich massive Auswirkungen. Und was lässt sich besser vermarkten als ein Spot-ETF, der heute startet und morgen schon direkt eine hohe Rendite versprechen kann? Was gibt es denn für ein besseres Marketing, als zum Beispiel ein ETF zu starten, der dann am nächsten Tag einfach noch mehr Wert hat? Das ist das beste Marketing, was du für solch eine neue Asset-Klasse haben kannst. Und dementsprechend wird genau das auch passieren, wenn der ETF dann final mal bestätigt wird. Das Verrückte, man muss sich jetzt eigentlich mal die Volatilität anzeigen lassen, die wir aktuell im Kryptowährungsmarkt sehen. Und zwar so ziemlich bei jedem Coin. Das heißt, ich habe hier eine Watchlist, wo ich hier zum Beispiel von einer Börse relativ viele Coins drin habe, die ich immer mal wieder handele, immer mal wieder trade, also nicht in die investiere, aber trade. Und da sehen wir auch die Änderungen, die sind komplett grün. Schauen wir einfach mal auch kurz auf CoinMarketCap vorbei, wie es da aussieht bei den Coins. Und auch hier sehen wir, achtet man auf die 24 Stunden, die Änderung in den letzten 24 Stunden. Dann sehen wir schon, dass hier alles fast komplett durch die Bank weg, bis auf den einen oder anderen Stablecoin, hier mehr oder weniger komplett grün ist. Und deswegen auch an dieser Stelle nochmal, solltest du dich jetzt bisher noch nicht mit deinem Portfolio auseinandergesetzt haben. Und du bist noch nicht vorbereitet auf den nächsten Zyklus, dann sage ich dir an dieser Stelle, jetzt wird es allerhöchste Eisenbahn. Denn meiner Meinung nach stehen wir hier langfristig vor einem der größten Ereignisse, die der Kryptowährungsmarkt nochmal sehen wird. Wann das Ganze eintrifft, kann keiner sagen, aber ich halte es, wie es ist. Das Ereignis für den Bitcoin-Spot-ITF ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, härter und stärker zu bewerten, als das normale Halving, das dann noch kommt 2024 und vielleicht auch eine lockere Geldpolitik, die auch ein Risk-on-Asset wie Bitcoin, wie Kryptowährungen auf jeden Fall auch brauchen würde, für einen richtig guten Bullrun. Aber keine Frage, der Bitcoin-Spot-ITF wird kommen und das ist ein Ereignis, auf das man sich auf alle Fälle vorbereiten sollte. Solltest du an dem Punkt hier oder da noch Hilfe brauchen, melde dich gern für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns auf www.cryptory.de und dann schauen wir beide, ob wir dir in dieser kurzen Zeit noch wirklich helfen können, damit du fest im Sattel sitzt für den zukünftigen Bullenmarkt.